Bevor wir anfangen, sollten wir ein paar Dinge besprechen. Jetzt hier. Erstens, ich wurde zu dieser Versetzung delegiert. Und zweitens, ganz objektiv, Frauen gehören nicht zur Polizei. Sie wissen nicht, wie ein kriminelles Gehirn funktioniert. Und sie halten einfach die psychischen Anstrengungen dieses Jobs nicht aus. Musik Sie spielen hoch, Spikings. Ich bin ein angesehener Geschäftsmann. Seit wann? Starten Sie doch! Sie blöde Kuh, fahren Sie uns hier raus! Makepeace, ich könnte Sie umbringen. Wer weiß, vielleicht wird das euch sogar ein Team. Musik Musik